Meine Damen und Herren, wir starten diese Aufnahme mit einem Kleiderwechsel. Diese epische Rüstung, Oberkörperteil, mit diesem richtig coolen Umhang, wird ausgetauscht mit einer anderen Rüstung. Äh, 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 ne, schaut schlecht aus, da passt der Rock nicht mal dazu. Okay, okay, warum nicht? Nochmal Muni holen, die neue Shotgun wird auch ausgetestet. Ich habe jetzt ganz vergessen, was die Fähigkeiten davon sind, sollte ich mir vielleicht auch anschauen. Schauen wir mal. Hm, äh, äh, okay, passt, 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 passt. Dann rein in die Gebirgstation, die ich jedes Mal bereue. Oh, ne, die macht schon Bock. Ne, Sniper, läch dich. Oh, je. Wenn der Sniper mich erwischt, war das schon. Das ist schon mal ein extrem würriger Anfang Andere Shotgun Granatenshotgun Schnell wechseln Ich hasse den Snapper Warte kurz Ich hab er akkrediert Das ist schon mal gut Wenn der Snapper doch nicht die ganze Zeit herum nerven würde Dann wäre die Map vielleicht sogar spielbar Geh in Deckung Geh in Deckung Dann halt nicht Dann halt wird weiter gepanik geschossen aus der Hüfte Ab, da war die Sniperkugel Geh in Deckung Ich hab's gleich seit Ewigkeit nicht mehr geschafft diese Map durchzuspielen Gebirgsstation Hauptsächlich wegen dem Sniper da oben Vielleicht hole ich mir einfach mein eigenes Scharfschätzunggewehr raus und probier rüberschießen Okay Schauen wir mal Wow Das ist nicht aufgegangen so wie ich's wollte Vielleicht treffe ich die Fässer da Ja Juhu Na schau Das sieht ja doch was Gutes hier Muni haben wir auch ein bisschen was bekommen Die nächste Welle kommt Wenn man die Shotgun dass ich Muni bekomme Da ist meine Kugel vom Dom Under the Dom Immer schon weiter schießen haben sie gesagt Nie aufhören schießen Dann wird das vielleicht mal was mit mir Oh Will ich sie in Deckung gehen schaffe Okay Gehen wir rein teleportieren Oh der hat ausgehalten Komm Kopf raus Was was mit euch Die Bosse kommen Hop Ein kleiner Hop Oh Die schießen überall hin Gott Ah ja Das hätte ich wissen sollen Dass das so ausgeht Wurscht Einmal auf Kopfhauen Gratis Oh Das ist die falsche Wache Mit der wollte ich das gar nicht Rückzug Das wird mich wahrscheinlich erwischen Das wird mich wahrscheinlich erwischen Oh je Oh Mist So Habe ich jetzt Habe ich jetzt schon Habe ich jetzt schon leer geschossen Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Gar nichts Gar nichts Da darf ich nicht weiter rennen, das ist glaube ich tot gewesen. Jetzt kann ich da schon rennen, sehr schön, machen wir den mal weg, sehr schön, sehr schön. Oh je, das wird mega Schaden, nächste Welle, warum nicht, da geht es hier sowieso nicht ab, ich werde überhaupt nicht zurückgepusht. Okay, running away, ah, Sniper wieder, Mist, vielleicht sollten wir einfach mal durchpushen, probieren. Ach, machen wir die Jungs mal zu Ende. Jetzt haben wir die Dome-Protection. Session, Session. Was haben wir hier unten, der ist der Große, ja, ich will rüber, Mist. Oh je, vielleicht nicht die beste Idee. Attacke auf den Turm. Die kommen alle runter. Ich glaube, jetzt wird noch ein großer Spawns furcht drauf hier. Mein Turm jetzt. Oh, das war ein netter Kill. Ich campe jetzt hier oben. Oh je. Oh je. Oh je, so einer. sehr schön netter Headshot das wird Fettschaden ja sehr schön kein Entkommen für dich schaffen wir es mal die Gebirgsstation knapp was haben wir hier wieder Sonnen der panikt wieder wenn ich nahe komme ich schieße wenn ich nahe komme ja was war es mit dir hallo Jungs progress endlich so weit habe ich es echt von ewig nicht mehr geschafft ich glaube da war ich noch Stufe 6 oder so Level 35 nee sind mir die guten Gegner die shotgun macht Schaden meine Outliderliebe die violette die violette shotgun die ich zeige es keine Ahnung seit der Kampagne schon spiele mittendrin hopp da habe ich wieder ein bisschen gefrozen vielleicht habe ich wieder einen Boss geklitscht nee er hat es rausgeschafft waren nur zu viele Gegner gerade rundherum dass er nicht weiter gekommen ist eigentlich wollte ich die goldene shotgun testen wo ist sie hier die Muni war schnell weg letztens das war das Problem ein schneller Munitionsverlust hm Thumbnail weiß nicht vielleicht finden wir was besseres auf jeden Fall werden wir Monster finden hier genau hier drin auf dem weiß Monster mit einer Katzin ja so eingeschüßt hat die macht eine Explosion wenn man was killt das ist was cooles aber so viel besser als meine andere shotgun ist sie nicht die Explosion schaut gut aus wow wow ohje jetzt ruhen mal da ne 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 auf jeden Fall nicht besser als die andere shotgun nix da da habe ich auch eine Stufe zu schwach ok immer wieder mit der Big Mama die shotgun Mama und dann ein netter Versuch abwärts geschafft irgendwie muss der Muni liegen ich glaube er schafft es nicht dadurch ne gut gesehen jetzt haben wir hoffenweise von denen da wo ist denn einer da gleich mal rein vielleicht Schaden machen oh er macht schon so eine Panik Sachen hopp ja das tut weh die aber auch die aber auch so wo ist meine ja sie hat mich geflogen nix da wie viel Muni haben wir drei Schuss nicht gut da oben ist gleich die Muni Box da hinten ist die Muni Box ah ich kriege Gift Schaden auch oh das ist nicht gut so die Kleinen haben wir mal weg der Große macht Spezialattacke da verstrecken wir uns und Schaden machen wir ach komm er macht seine Spezialattacke da muss man nur zufällig richtig stehen ich schatz nicht uh guter Wechsel gute Granaten ich stehe richtig ich stehe richtig ich hupfe rein er glaube ich hört jetzt auch kriegt gewungenermaßen oh oh ich bin jetzt den Schatz zerlegt und es kann weitergehen Peak Cusing in Teams Peak und weiter oh das könnte ein Farmnet sein nein falsche Dachte da das gefällt mir oh ok Wetterblock machen wir dich gleich weg das war's mit euch was da geht doch ich freue mich ja dass du nicht sterben gleich Zeit für die fetten Kämpfer hier here it is komm runter oh jetzt liegt ich in der Luft schön jetzt gleich mal eine Granaten da weitere Granaten da weitere Granaten da eben drauf oh er ist da ist ein paar Meter weiter teleportiert ich hab's genau gesehen ja kleinen Explodiermark Granatenschaden naja nicht so gut nicht so gut steckt er kann's das sein hab ich's geschafft wir werden's gleich merken als er zurückkommt zu mir nein ich glaub ich hab ihn zum Klitschel gebracht das kann ich gut das kann ich gut ja kann man nix machen oder kriegt er einen Schildschaden ein bisschen Shotgunschaden in den Rücken hab ich ihn rausgeschubbt oder ist er noch immer am Stecken oh ich hab ihn rausgeschubbt nicht zu nah kommen das nächste Mal au nix da oh er steht ja drin doch da aber mach mal ihn weg Vogel fuck nein Mist blöd kommt er runter nee macht stattdessen was anderes bleib da nice und das war's mit dem Vogel was kommt als nächstes ist irgendwas größeres ah hier sind sie hat sich schon ausgezahlt ich brauche Shotgun Moni machen wir die kleinen mal weg und Spezial haben wir schon wieder dann geht's auch schnell mit den Großen ach sehr schön abgefangen da ist Moni kommt das nächstes ja hier kommt alles wo ist wir we're gonna stand by our ground ich hab einen Vogel gesehen wo sind sie mehrere Vögel Mist wo muss das sein Vögel kann ich die ganze Zeit rollen äh die fette Jui danke komm runter mit dir ja ah da ist der Vogel ich hab die ganze Zeit auf die Kröte dann geschossen ei ei er hat's überlebt was pusht er nur noch du und ich Junge müssen gleich am Boden sein die Shotgun schießt viel zu schnell für dich ja da ist er genau gesehen dass die Crash-Attacke kommt wir haben eine Pause zum Moni holen zum Endpush der da hauptsächlich da Anfangs-Push mit dem Sniper-Nest oben die Gefahr Monster ist ja Kindergarten die machen keinen Angst okay hi der Gipfel wurde freigeräumt wir pushen weiter in den Enden fängst Dunham wer war Dunham noch schnell ja es fängt an oh Mist wurscht machen wir die kleinen mal schnell weg wow die Vogel hat schon mal Schaden gemacht Gas kommt er runter er kommt runter dein Fehler dein Fehler eindeutig fertig nee bleibst unten ach Granatenschand wunderschön dann ist der Vogel gleich mal weg netter Versuch okay Mist ich brauche Schisse verfehlt und unten so du bist dann nicht so gleich weg so nice immer schön wenn ich eine Shotgun bekomme die Gold ist und auch so gut ist wie diese vollautomatische aber bis jetzt vollautomatische violette Shotgun ist immer besser was haben wir hier noch ah ein Boss dann gehen wir mal zum Boss Hallo sagen Hallo Hallo Das ist mir you're looking for I can see it in your dead eyes it's not nicht ich jetzt können wir wieder ein Boss wie schaut es mit der Muni aus na hopf mal rüber was war denn das für ein Hopfer der ist ja nirgends hingegangen oh uuuh gerade noch entkommen oh was für ein Zufall genau zum Muni auch noch nix da weg ist er daneben geupft das ist immer selten ok Granatenschaden runter Granatenschaden runter ich muss die kleinen Mittelgrosen mal weg machen ah Mittelgrosen ah Vogel er ist gelandet Vogel weg nein nix da ok ich mach ihn weg ja der ausgegangen ah hat mich erwischt wieder rein in die Kugel in den Dome der hoffentlich hält er hält sehr schön ich glaub der Granatenschaden hat ihn erwischt landet er ah gute Entscheidung war ne gute Idee ah Schwein gehabt Muni ist mir erst gegangen ah ich hab ewig lang Zeit zum holen ein Vogel ist nicht die Gefahr überhaupt wenn er so herdeigt dass ich ihn genau antelepodieren kann und er ist weg yep weiter geht's mit Wasser es sehr fuchtenflüssend es ist eh ein riesiges Nest hier vom Ausschauen her noch nicht voll gewesen hallo oje oje so welche haben wir auch da oje das sind viele netter Charge sehr nett Granatenschaden jawoll ja jetzt hat er einen Granatenschaden überlebt oje oh raus hier nein nein man will hier drin nicht stehen sind wir Muni zuerst dann kommt der her ja was sag ich oh gescheitschaden ich brauch's leben was war da so ein Vogel wo kommen die her nicht cool überhaupt nicht cool machen wir trotzdem hier mal weg machen Schatten keine Anenschaden oje oah ich glaube hinten habe ich wieder ein wenig geclitcht runter runter yes und he's dead nice ja jetzt auch zu nerven oh wow ich brenne sogar das ist nicht gut uff ich habe den Vogel leider nicht erwischt Granatenschaden bisschen was wo ist er da ist der Große machen wir einen Großen weg oh esensdreht cool habe ich noch nicht gesehen dass ich das kann doppelkombi hilft hier leider nichts weil es ist jetzt schon zu Ende yes oh jetzt ist nice ich glaube nichts geholfen ist aber endlich mal die Gebirgsstation geschafft danke fürs zuschauen tschüss 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 Vielen Dank.